Hallo und Herzlich Willkommen, euer Wizard wieder am Start und es geht endlich wieder weiter. Das soll nur ein kurzes Update sein. Ich fahre jetzt ungefähr 8 Wochen untätig bei YouTube wegen meinem Unfall mit dem Fuß. Gibt es aber schon wieder unten. Da ist noch ein Stützstrumpf, aber es ist nicht wichtig. Auf jeden Fall probiere ich jetzt schon die ganze Zeit, dass ich ein Video drehe. Ein kurzes Update. Ich habe jetzt schon mehr eine Version gemacht, ich war immer unzufrieden. Und jo, ich bin ziemlich herausgekommen aus dem YouTube-Flow. Bin auch ehrlich gesagt nicht so inspiriert in letzter Zeit, weil ich eben nicht viel erlebt habe in den letzten 8 Wochen. Einer, wo ich richtig stolz an mich bin, ist, dass ich jetzt schon am 18. und 19. Tag rauchfrei bin. Und nur mehr Dampf, zwar mit Nikotin, aber da nehme ich nur mehr 4 Milligramm. Das ist schon die leichteste Stufe, bevor 0 Milligramm kommt. Und ich habe das ganz gut gemeistert. Jetzt am Wochenende war ich ziemlich ergauschig wegen einer Einwärmungsparty-Wohnung. Habe ich auch gekotzt, aber das hat eigentlich nichts mit dem Video zu tun. Keine Ahnung, warum ich das erzähle. Ich habe mir da auf dem Mal so einfach ein, quasi ein Rear-Talk, weil so ein Update-Video habe ich einfach nicht zusammengebracht. Okay, das war jetzt ein schlechter Dampf. Das war ein verdammt schlechter Dampf von mir. Das geht so. Schon besser. Auf jeden Fall, ich mache es jetzt einfach ganz entspannt und rede mit euch so drüber. Weil ich probiere es die ganze Zeit bei meinem Computer, schaue es mir immer wieder an, analysiere es, versuche nachzudenken. Aber ich bin nicht im Flow gerade, aber das soll ja wieder, ich mache es sowieso wieder regelmäßig. Montag kommt immer was, Freitag kommt immer was, Mittwoch, wenn genug Kommentare da sind. Und jo, jetzt muss ich halt noch Physio machen, ich werde mehr Natur-Flops machen, auch im Winter. Ich schaue da, ich habe ein bisschen herumkommen, vielleicht was neue Leute kennenlernen und so. Ich weiß nicht, was kommt, aber es wird nice auf jeden Fall. Aber da weiter kann ich halt noch nicht wirklich lange strecken gehen, weil mein Fuß noch ziemlich wehtut. Und der wird auch noch länger wehtun. Ich muss jetzt erstmal die Füße regelmäßig machen, dann fange ich auch wieder mit Sport an und so. Aber eigentlich geht es darum in dem Video, dass ich euch klar mache, dass es wieder losgeht. Und das ist jetzt ein bisschen länger, das Video, aber ich habe es einfach, wie schon gesagt, nicht zusammengebracht. Dass ich ein kurzes Update-Video mache. Und darum, einfach ein bisschen auf chillen, mir geht es gut, immer besser. Ich habe zwar ein paar psychotische Schübersetze, die ich nicht mehr rauche, aber das erkläre ich in einem extra Video. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch geht es gut, ihr habt die Zeit gut überstanden, habt schöne Ferien, Urlaub oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, hoffentlich habt ihr gelebt. Nichts wie ich, ja, sehr viel gezuckt und so, ein bisschen assoziär gewesen. Aber jo 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 jo. Jetzt geht es wieder regelmäßig los und das wird nice. Auf jeden Fall, schön, dass es euch gibt. Und jetzt wirklich, das ist das Ende, Ende Gelände und ich bin raus. Peace out.